Hilfe für den Nachbarn ist die große Spendenaktion der Stuttgarter Zeitung. Die gibt es seit über 50 Jahren und jedes Jahr um die Weihnachtszeit rufen wir unsere Leserinnen und Leser dazu auf zu spenden. Und mit diesem Geld können wir den Menschen dann aus der Nachbarschaft, aus Stuttgart, aus der Region helfen. Die Stuttgarter Tafel ist ein ganz wichtiger Partner für Hilfe für den Nachbarn. Das hat einen ganz einfachen Grund. Die Tafel und die Tafelläden sind ein Verein, der ganz, ganz vielen Menschen, die in Not sind, helfen kann und zwar täglich. Und jetzt gab es ein großes Problem, nämlich der Lkw war kaputt. Da ist die Tafel in Not geraten, weil sie ein neues Auto gebraucht hat und die Anschaffung von einem Fahrzeug ist immer ein riesen Kraftakt für so ein Armutsprojekt und da waren wir auf Hilfe angewiesen. Das ist notwendig, weil dieser Lkw weite Strecken fährt und bei Großhändlern große Mengen von Obst und Gemüse abholen kann, was dann wiederum auf die Tafelläden verteilt wird. Und der alte Lkw konnte einfach nicht mehr in die Stadt fahren, hat die Zulassung dafür nicht mehr gehabt und viel auseinander. Und da sind wir sehr dankbar über die Unterstützung. Auf einmal sind es Projekte, die wir unterstützen und fördern und das andere, der bei weitem größere Teil, ist die sogenannte Einzelfallhilfe. Da helfen wir ganz direkt, manchmal über Nacht, ganz unmittelbar, wenn die Waschmaschine kaputt gegangen ist, wenn der Herd kaputt gegangen ist. Das muss man sich bei einer fünf-, sechsköpfigen Familie vorstellen. Da muss man sehr, sehr schnell aktiv werden und die Leute sind in einem meistens nicht sehr luxuriös ausgestatteten Zustand, brauchen Unterstützung, brauchen Hilfe und können das nicht selber innerhalb von wenigen Tagen sich selbst neu kaufen. Und da können wir schnell einspringen. Hilfe für die Nachbarn braucht euch, braucht sie. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, wenn ihr den Verein unterstützen möchtet und euren Nachbarn helfen möchtet, dann könnt ihr spenden. Ihr findet alle wichtigen Daten über unsere Homepage und wir freuen uns wahnsinnig über jeden Euro und jeden Cent. Vielen Dank.